Flächen zwischen den Graphen zweier Funktionen sehen auf den ersten Blick natürlich etwas komplizierter aus. Unterscheiden sich in der Berechnung aber im Vergleich zu den Flächen unter einem Graphen nur in einem kleinen Punkt. Du brauchst also nur diese eine zündende Idee und der Rest, der geht dann fast wieder von alleine. Welche das ist, wie du beim Berechnen am besten vorgehst und auf welche Dinge du alles achten solltest, das zeige ich dir in diesem Quick Release. Versuchen wir am Anfang gemeinsam einen Plan zu entwickeln. Die Parabel in Rot und die Gelbe kubische Funktion schneiden sich in genau zwei Punkten. Diese beiden Punkte oder besser gesagt die Schnittstellen beider Funktionen wirst du sicherlich für die Berechnung der Fläche als untere und obere Grenze verwenden müssen. Schüler versuchen immer die gemeinsame X-Koordinate als Ansatz für die Berechnung zu verwenden. Tatsächlich ist es aber der gemeinsame Y-Wert der Funktion f und g, der dich auf eine Gleichung führt, die du nach den Schnittstellen auflösen kannst. Und so viel dürfen wir ohne eine Berechnung schon mal ablesen. Die Schnittstellen sollten bei X ist gleich 1 und X ist gleich 3 liegen. Wie auch immer das nun im Detail geht, die Schnittstellen und die Graphen von f und g begrenzen eindeutig eine Fläche, die sich irgendwie mit einem Integral bestimmen lassen sollte. Das größte Problem ist aber, welche Funktionen musst du überhaupt integrieren? Die Fläche unter dem Graphen von f ist viel zu groß und die unter dem Graphen von g hat scheinbar kaum was damit zu tun. Und selbst wenn du dich bemühst und sowas wie den Mittelwert aus beiden Funktionen bildest, dann stimmt das am Ende auch nicht mit der richtigen Fläche überein. Die Lösung ist nicht weit weg, aber vorher lass uns mal fix drüber schauen, wie man in diesem Beispiel die Schnittstellen tatsächlich berechnet. Die zugehörigen Funktionsgleichungen zu der kubischen Funktion in gelb und der Parabel in rot lauten x hoch 3 minus 6x² plus 11x minus 4 und x² minus 4x plus 5. Diese Gleichung nach x aufzulösen wird natürlich dadurch erschwert, dass hier dieser kubische Term vorkommt. Nichtsdestotrotz bringen wir alle Terme Step by Step auf die linke Seite und dazu musst du zuerst das x² rüberziehen. Von den minus 6x² nochmal ein x² abziehen, das liefert dir natürlich minus 7x². Als nächstes auf beiden Seiten 4x addieren, sodass sich links schließlich 15x ergeben. Auch die 5 eliminieren, indem du auf beiden Seiten 5 subtrahierst und damit auf der linken Seite minus 9 erhältst. Auf der rechten Seite der Gleichung, na klar, da haben wir ja gerade alles weggenommen, da bleibt 0 übrig. Damit reduziert sich das Problem der Schnittstellenbestimmung auf das Lösen der Nullstellen dieser komischen Funktion hier oben. Ah, und ich gebe zu, das ist jetzt nicht die einfachste Gleichung, zumal hier die üblichen Methoden, wie das Lösen mit der pq-Formel, Substitution biquadratischer Elemente oder das Ausklammern von x einfach nicht funktionieren. Verbleibt also nur die Polynom-Division. Diese besteht aber immer aus den gleichen Schritten. Und so komisch das auch am Anfang klingt, als erstes musst du eine Nullstelle erraten, beziehungsweise clever sein, denn meistens versteckt sich eine Nullstelle in den positiven und negativen Teilern des absoluten Gliedes. Hier solltest du also überprüfen, ob die Stellen 1, –1, 3 oder –3 die Gleichung oben lösen, einsetzen und mit dem Taschenrechner prüfen, ob 0 rauskommt. Die 3 hier zum Beispiel ist eine Nullstelle, denn wenn du diese oben einsetzt, steht dort zunächst das hier und wenn du das alles zusammenrechnest, dann ergibt das tatsächlich den Wert 0. Im zweiten Schritt der eigentlichen Polynom-Division musst du den ursprünglichen Term durch x minus deine erratene Lösung, also durch x minus 3, dividieren. Das aber überlasse ich dir jetzt als Aufgabe. Es sprengt einfach den zeitlichen Rahmen dieses Videos. Keine Panik, falls du das tatsächlich nachrechnen und kontrollieren möchtest, dann schaue einfach in diesem kleinen extra Video vorbei. Da gehen wir gemeinsam die einzelnen Schritte der Polynom-Division nach und nach durch und ich zeige dir am Ende auch noch, wie man den letzten Schritt der Polynom-Division anwendet, mit dem man auf die anderen Lösungen kommen muss. Auch wenn ich das jetzt hier abbreche, so kannst du hoffentlich eine wichtige Erkenntnis mitnehmen. Die Fläche zwischen zwei Graphen zu berechnen, und ja, deswegen bist du ja eigentlich hier, ist auch mit dem Problem der Schnittstellenbestimmung verknüpft. Dessen rechnerischer Aufwand ist meistens tatsächlich aber größer als der der eigentlichen Flächenberechnung. Und du erkennst hoffentlich auch, wie wichtig es ist, das Lösen von Gleichung mit all den Methoden, die du kennengelernt hast, sicher zu beherrschen. Und da hilft nur eins, üben, üben, üben. Ziemlich langer Ausflug. Und damit zurück zum Flächenproblem, denn wir haben immer noch nicht geklärt, mit welchem Integral man diese Fläche denn nun bestimmt. In dieser Methode, die ich dir nun zeigen möchte, schaffen wir das auch gar nicht mit einem Integral, sondern müssen tatsächlich zwei Integrale berechnen. Eins für die Fläche unter dem Graphen von f und eins für die Fläche unter dem Graphen von g. Und vielleicht hast du es auch vorhin schon gesehen. Die Fläche zwischen beiden Graphen erhältst du, indem du von der Fläche unter dem Graphen von f die Fläche unter dem Graphen von g subtrahierst. So entsteht nämlich eins zu eins derselbe Flächeninhalt wie ursprünglich gezeichnet. In der Integralschreibweise musst du also erst das Integral von f von x dx in den Grenzen von 1 bis 3 ausrechnen und davon das analoge Integral für die Funktion g abziehen. Beginnen wir zunächst mit der oberen, kubischen Funktion. Für das Integral f von x dx mit unseren Schnittstellen als Grenzen benötigst du zuerst natürlich eine Stammfunktion. Aus dem x hoch 3 wird ein x hoch 4 und nicht vergessen durch den neuen Exponenten dividiert. Für die anderen Terme geht das dann ganz genau so. Du darfst jeden einzelnen Term integrieren und erhältst am Ende diese Stammfunktion. Obere Grenze minus untere Grenze. Zunächst die 3 für jedes x einsetzen, dann sieht das ungefähr so aus alles in den Taschenrechner kloppen und das macht dann 15 Viertel. Bei der unteren Grenze ganz genauso und dann sollten da minus ein Viertel rauskommen. Obere Grenze minus untere Grenze und 16 Viertel ist dasselbe wie vier Flächeneinheiten. Krass, oder? Dass unter so einer krummen Kurve so ein gerader Flächeninhalt rauskommt. Gut, für die Funktion g, also die untere der beiden Funktionen, musst du das Ganze auch nochmal durchspielen. Zunächst wieder die Stammfunktion bilden, dabei jeden Term einzeln integrieren und das ergibt dann hier ein Drittel x hoch 3 minus 2x Quadrat plus 5x. Auch das Auswerten der Stammfunktion verläuft analog. Erst die obere Grenze einsetzen, da kommt 6 raus, dann wieder die untere Grenze und da kommt 10 Drittel raus. Beides am Ende subtrahieren und die Fläche unter dem Graphen von g beträgt 8 Drittel Flächeneinheiten. Zum Abschluss musst du dann nur noch das im Kopf haben, was ich dir eben schon mal gezeigt habe. Wenn du also von der Fläche unter dem oberen Graphen die Fläche unter dem unteren Graphen abziehst, dann erhältst du den Flächeninhalt zwischen beiden Funktionen. Und der liegt jetzt hier genau bei 4 Drittel. Mit diesem einfachen Trick sind also auch Flächen zwischen zwei Graphen kein Problem mehr. Und das gilt selbstverständlich auch dann, wenn sich die beiden Graphen nicht schneiden. Dann kannst du keine Schnittstellen mehr berechnen. Die Gleichung, die du lösen müsstest, besitzt einfach keine Lösung. Im Gegenzug muss dann aber gegeben sein, in welchem Intervall du die dazwischenliegende Fläche bestimmen sollst. Hier beispielsweise im Intervall von minus 2 bis 1. Es gibt aber noch mindestens zwei Probleme, über die wir uns Gedanken machen sollten. Diese Berechnung mit den 2 Integralen. Irgendwie umständlich und unnötig. Es gibt tatsächlich einen Weg, die Fläche zwischen zwei Graphen mit nur einem Integral zu bestimmen. Und wenn du wissen möchtest, wie genau das funktioniert, dann schau einfach im nächsten Video vorbei. Es lohnt sich so oder so, denn auch das zweite Problem lösen wir dort. Heute hast du kennengelernt, die Flächen unter beiden Graphen zu subtrahieren. Und zwar nach dem Prinzip obere Funktion minus untere Funktion. Was aber machst du, wenn du keine Graphen, keine Skizze gegeben hast, einfach blind drauf losgerechnest und plötzlich die Flächen genau entgegengesetzt subtrahierst? Berechnest du damit immer noch die Fläche zwischen beiden Graphen? Oder am Ende doch was komplett anderes? plaguest du uns? Untertitelung. BR 2018